...Live nach Deutschland und präsentiert die Songs aus ihrem Album Welcome to Medina, inklusive der kommenden Single Götter. Götter erscheint am 18. März. Alle Live-Termine auf medina-music.de Bei reisen.de sagen die Urlauber wie... ...wahl, das ist ja richtig gut, das ist ja nicht nur zwei, drei. 5, 6, 7, 8, 9...